hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde zu elder scrolls online und dann wäre es nicht aber es wäre cool wenn es online wäre ist es aber nicht es ist das ganz normales damals und ja gut ich denke mal eine neue session bzw halt ich habe hier jetzt neun rechner wie schon in der letzten runde erwähnt in der letzten episode sage ich mal so erwähnt und es ist noch nicht ganz alles so 100 prozent eingestellt wie beim letzten also beim ehemaligen rechner nur muss zu sagen hier ist alles upgrade bei dem rechner habe ich ich muss glaube ich ein separates wieder zu machen das ding ist echt overpowered ich habe da drinnen die 3960 x oder somit 48 threads also finden sie kennen 48 threads an 128 giga arbeitsspeicher etwa vier ssds und noch meine alte grafik hat ja denn vor einer woche oder vor zwei wochen sind die neuen dingens rausgekommen sag mal die 30er die 3000 sserie von nvidia und einer von der möchte ich mir holen die 30 30 80 aber aktuell ist ja nirgendwo noch verfügbar und daher ist ja noch nicht mal im verkauf daher muss ich mich irgendwie begrenzen oder beschränken halt und wir sollen hier zurück zu mortal kommen mortal kombat und uns da halt irgendwie zurechtfinden so tun wir sollen wir lassen halt wie es auch so geht und ich weiß gar nicht ob die texturen aktuell einfach schöner ich finde es weil wenn ich hier stehe texturen sind irgendwie besser aber das kann ja auch eine verarbeitung des neuen rechners keine ahnung irgendwas liegen ist mir auch scheißegal wir müssen aber nur zurück zum ländchen des hauses gehen und das lustige ist einfach arbeitsspeicher 9 prozent prozessor 12 prozent ne ich streame in 4k ich nehme auf in 4k ich habe ein spiel in 3, irgendwas k weil nicht ganz unten also 3,8 irgendwas k am laufen 3,8 kann man sagen 3,9 keine ahnung aber auf jeden fall ja grafikat ist aktuell der flaschenhals weil ich na gut geld habe ich auch noch nicht also ich habe das jetzt aus investiert so muss man sagen man muss wirklich sagen ich habe aktuell wirklich sehr naja dann gehen wir hier mal hinten lang hallo ja und der vampir meister hey der vampir meister ist tot ne hast du schon gesehen super brauchst du noch was ne warum nicht Hilft dem Einwohner von Jalmarsch. Na dann, auf, ne? Sollen wir da helfen gehen? Wir tun's. Irgendwie muss das noch zu beschaffen sein. Ähm, mit Aulmarsch... Hallo? Oh, die schöne Maid. Ja, muss man nicht haben. Irgendwem müssen wir hier helfen können. Wo ist er aber? Äh, das ist der Drache. Aber wir sollen ja hier... Jalmarsch? Was denn das? Wir sollen ja... Ja, 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 ja. Kein Ding, kein Ding. Wir sollen einfach zwei, drei Personen hier im Gebälk helfen. Na gut, gehen wir mal in die Taverne hier. Aber die Frage ist hier echt noch, warum scheint es so hier hell? Ist grad Sonne, oder was? Also, es ist wirklich grad, ähm... Nein, da will man nicht rein. Wo ist denn hier die Taverne? Hier ist ja mein Pferd. Ja, genau. Aber die Taverne ist eins hinten, oder was? Oder da? Hier, guck mal. Vielleicht hier. Nee, hier ist ja der Alchemie-Klumpenkasten. Oder ist der Tag-und-Nacht-Schwärmer? Ja, innen. Klingt immer gut. Geh mal rein, mal gucken, was da so los ist. Ja, aber wir laufen in die Geschäfte aktuell, ne? Was ist denn mit dem Ork? Ja. Hm, schön, schön, schön. Ach nee, guck mal hier. Läuft es schlecht noch schlecht, ne? Hm. Also, sag mal, Jammer, schade eigentlich. Und der hat hier wahrscheinlich als Ork ne ziemlich gute Sache. Och nee, jetzt geht's noch weiter. Freunde, nee, da gehen wir lieber weit, weit weg. Hm. Weh, du singst es auch noch weiter. Ich weiß nicht, ich muss hier irgendwie was machen. Wir haben so viele Quests. Das ist irgendwie doch schon eine ziemliche Runde hier. Ähm. Hier noch 16 Nierenwurzern haben wir es auch hier. Ich finde Cash im Schrein von Püret. Ja gut. Mögenst du finden, dann geht's weiter. Ähm, ach da, nee. Hilfeneinwohner von Ijjalmarsch. Ist das, ist das ein Ort, oder? Ist er hier in der Gegend? Ist das vielleicht irgendein Ort hier vorne, oder Bruthöhle? Nö, kann's auch nicht sein. Ich weiß nicht. Ist hier irgendwas? Hm. Das kann auch nicht sein, dass hier irgendwas ist, ne? Das ist ja mal wirklich sehr komisch. Äh, wir sollen helfen, aber haben auch nichts, dass wir hier, ich glaube, wir gehen mal zur Arnblutspitze und fragen mal Damen nach. Irgendwie muss es ja geben. Ähm. Oder Pläne stehlen. Wie wollen wir? Ich weiß gar nicht, wie wir weiterfahren wollen. Hier können wir auf jeden Fall noch die Pläne stehlen. Können wir auch noch tun, aber wir können ja auch zur Arnblutspitze irgend so'n, ähm, ne gut, Vanittenführer in Festung Düsterhammer. Ich weiß nicht mehr, wo er es ist. Ähm. Riesen in Düsterwintal umbringen. Den Anführer von Winterkriegchen. Also, ich hab keine Ahnung, wo das genau ist und wie und was und tralala. Ach ja, ne Tote. Jo. Hä? Aber ist das nicht? Hä? Ach so, na ja, jetzt wird alles klar. Düsterhammer ist, glaube ich, schon ein bisschen weiter weg. Ja. Mordat ist die Hauptstadt des Fürstentums Hjalmarsch. Ach so. Ja, ja, toll, ne? Ich Affe. Äh, übrigens, äh, Lost in VR, wie gefällt dir das Ding neu, ähm, in 4K? Nur mal so als Frage, denn, meine aktuelle Grafikkarte im neuen Rechner schafft's irgendwie nicht so ganz mehr. Was die aktuelle Bitrate des Höh? Die schafft's irgendwie nicht mehr so ganz, äh, ich weiß, es ist ja genau die gleiche Karte, genau die gleiche Einstellungen. Ich weiß nicht, äh, ich muss den Stream in 4K machen, weil ansonsten die Grafikkarte überlastet ist mit Skalierung von 4K, also die Aufnahme, der Bildschirm in 4K ist in 4K und wenn ich das runter skalier auf die 1080, ist das irgendwie in OBS, keine Ahnung, 10.000 Dinger groß, ich weiß nicht, warum das so ist, muss aber irgendwie an der Einstellung liegen, die ich verpeilt habe, zu nehmen oder zu ändern oder irgendwas, weil es kann's ja auch nicht sein, dass wenn ich jetzt in 4K aufnehme und wenn ich das für den Stream runder skalieren möchte, dass das meine Grafikkarte nicht schafft. Also, ein Full-HD-Output zu geben, ist schlimmer oder ist ein 4K. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber na gut, mir soll's recht sein. In Fürstenturm Jarlmarsch. War das schon immer so, dass die Steine so geil aussahen? Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall ganz komisch. Ähm, warum fließt es da unten plötzlich Wasser? Ach ja, die Welt ist in Ordnung. Wenn wir da hier einfach loszuppeln, die Frage ist halt hier generell, wie groß ist Jarlmarsch oder generell das Fürstentum von Moortal, ne? Wie groß ist denn das? Ich weiß nicht so genau. Das kann ja auch Jahre hindauern. Bäh. Was ist das? Kann doch nicht sein, dass es ein Stein ist. Kann eigentlich nicht sein. Jo, aber bei mir ist es aktuell so. Das ist so derbe doof. Das ist halt wirklich das Doofe. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in 4K zu streamen hat die Grafikkarte weniger Probleme als in Full HD. Ich weiß nicht, warum das liegt. Keine Ahnung. Ich kann mir noch nicht erklären. Es ist einfach so komisch, wie es ist und es dauert halt einfach irgendwie. ich muss die mir ein bisschen dahinter setzen, warum das so ist. Kann ich aktuell echt nicht sagen. Und das ist auch irgendwie so wirklich komisch, wenn du einen Stream hast oder halt eine Aufnahme und dann streamst. Keine Ahnung. Majita Lügner. Ja, ja. Immer wieder. Lügen. Lügenpresse, ne? Aber die Frage ist noch irgendwie, ähm, ja, wo ist denn hier? Das, das ist ein Schneefuchs. Okay, hätte nicht sterben müssen, haben wir aber gleich, also haben wir trotzdem gemacht, ne? Ähm, ja, gut, hier oben, das kann man hier auch, die Aufnahme, beziehungsweise der Stream ist ja auch, wow, kann man hier auch als Test-Stream sehen, weil neue Computer, neue Einstellungen, ach, das ist so doof. Hey, komm mal ran, du Ramspeck hier. Läuft nicht weg, hab ich gesagt. Oh, was ist denn hier los? Das ist ein neues Gebilde. Hey! Hey! Wo ist denn der Haupteingang? Oh! Tote? Oder auch Vampire, oder was sind das? Äh? So, Freunde. Ich weiß nicht, aber wir sterben ja auch irgendwie nicht. Ja. Was haben wir denn gesoffen? Ähm. Na gut, hier wird ja alles immer irgendwie verbraucht. So. Hier sind Kollegen am Start. Äh, da oben ist ja noch einer. Was ist denn hier immer? Also, ich glaub, ey! Ich glaub hier, die sind irgendwie gefährdet. Generell, Totenbeschwörer sind am Arsch. Kann man schon so sagen, oder? Die sind ja auch nicht ganz 100. Wenn sie sich einfach trauen, eine Festung einzunehmen, wo wir lang gehen, das geht gar nicht. Das kann gar nicht sein, dass die hier irgendwie in irgendeiner Form was beherrschen, wenn wir da lang gehen. Das darf nicht sein. Und wo ist der andere? Da oben. Oder generell da unten eigentlich. So, da war noch einer. Wie jetzt? Wir haben jetzt angefangen, Freunde. Was ist denn los? Jetzt wollt ihr mir sagen, dass hier draußen nichts mehr zu tun gibt. Wir laufen mal ein paar Mal rundherum. Die Frage ist, wo ist der Haupteingang? Ist das der Haupteingang? Oder ist er anderswo? Was, was, was? Immer diese aktuelle Bitrate des Audio-Systems. Ich hab keine Ahnung, warum. Ich bin ja hier laut wie Blöde, wie Heinz Doof. Aber auf mich hört man ja niemand, ne? So. Das ist wirklich der richtige Eingang ist? Keine Ahnung. Äh, hallo? Wir gehen mal oben rein. Ist ja kein Ding, oder? Ah. Was? Nein, nein. 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 Du falsch verstanden. Hier ist niemand. Ach, nö. Kriegst du nicht ein, oder? Ach, von der anderen Seite verschlossen. Hey, du will sie schon ergeben? Wir haben ja nicht einmal richtig Party gemacht und die wird schon weg. Ich glaube, es hackt. Oh. Ähm. 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 Warum dauert das teilweise so lange hier? Ähm. Sind die einfach so billig? Warum? Hä? Wohin rennen die jetzt alle? Ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich glaube, ich laufe einfach in die falsche Richtung. Hä? Ja, gut. Aktuelle Bitrate vom Autosteam liegt bei Null. Klar, logisch, oder? Hä? Kann doch gar nicht sein. Oder bin ich ja total Depp am, am, am WLAN-Platz? Oder wie jetzt? Nee. 44 Kilo. Hä? Das kann... Nö, ist bei 160. Alles top auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da los ist mit dem Audio-Stream. Kann ich nicht beurteilen. Ähm. Warum ist das teilweise so komisch ist? Egal. Ähm. Wow. Hey, du. Ähm. Hat der irgendein Medaillon oder irgendwas, dass wir da... Dass wir da generell irgendwie... besser dran ist? Also geschützt? Kann man schon sagen, geschützt? Ja, ich glaube schon, ne? Ähm. Noch eine Holztür. Hey, der Witzker. Kann ja nicht gut sein, dass wir nochmal Holztür und Holztür und Holztür haben. Irgendwo muss ja auch Schluss sein, ne? Ich glaube wirklich, irgendwo muss dann Schluss sein. Ich hoffe jetzt. Entschuldigung, ne? Aber das Stream läuft gut, aber ich glaube irgendwie, äh, ich glaube, hier gibt's Probleme. Ich glaube, irgendwas scheint hier nicht ganz hundertprozentig zu laufen. Äh, laut, gut. Das ist irgendwie falsch. Aktiv, aktiv, aktiv. warum soll's hier? Hört man denn? Die Musik von Skurim selber? Das Stream läuft aber sehr gut. Ja, das ist eben so. Das ist halt so. Aber mich wundert's, warum man nicht in Full HD besser läuft. Also, mein Computer sagt halt, nein, ist überlatscht, aber ich weiß auch nicht, warum. Und ich hab den Überblick verloren, wo war's generell, ist und wie und wo und warum. Oh, Experte. Oh. Super. Wow, der Halt heißt's aber richtig rein, der Freund, ne? Aber wir sind ja auch nicht schlecht, ne? Von dem her, ich glaub, wir schaffen's. Ey! So du Arschgeige Geh mal weg Penn Sag mal ein Schlüssel Der Gamesound hört man nicht Warum Warum hört man den Gamesound nicht Warum hört man den Gamesound nicht Warum zum Teufel Sind alle Spuren an Warum hat er denn nicht Also wenn man mich schon hört Dann sollte man ja alle anderen auch hören Okay das heißt Den Desktop hört man nicht Und wenn ich den jetzt einfach so aufeinander gestellt habe Keine Ahnung Warum hört man den nicht Aber ist doch genau der Jetzt bin ich aber langsam überfragt Man hört den Audio Spur 1 Audio Spur 1 Ist alles an Das ist eine sehr gute Frage Warum man es denn nicht hört Hier haben wir Audio Spur 1 Da haben wir Audio Spur 1 Und bei den Optionen hat man hier auch alles Deshalb 1 1 Muss man das Ding halt neu starten Keine Ahnung Wir gucken mal ran Was ist das Wetter Wir gucken mal Marcus Ich bin Ich bin